So und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme in Trinity Fever und heute gibt es leider schlechte Neuigkeiten, denn wir haben schon wieder ein neues Update bekommen, wir sind jetzt in der 5442 und es passiert, wenn ich ein Spiel laden will, also jetzt nicht wundern wie viele Spielstände ihr seht und sowas, es passiert, wenn ich das Spiel starte, für euch gar nichts. Hier, das ist der Fehler, den ich immer bekomme, ich habe den Modder auch angeschrieben, der das gemacht hat und zwar ist das einmal der AIM Mod genau wie der ATT, also Advanced Trained Fever Total, die beide im Moment nicht gehen und wenn ich jetzt Steam neu starte, dann seht ihr dasselbe Problem, egal welchen Spielstand ich jetzt laden will, okay Anwendung läuft bereits. Jedenfalls funktioniert das im Moment gar nicht das Spiel, oh Menno, ist auch unfair, das will ich jetzt eigentlich gar nicht, ach so, Trained Fever hat den Prozess noch nicht mal beendet, hahaha, so jetzt ist der Prozess beendet, jetzt kann man es gerne nochmal probieren. Jedenfalls, sollte ich auch wieder die Gameaufnahme einschalten, haha, so, jedenfalls funktioniert das gar nicht mehr im Moment so, also es geht gar nicht und deswegen spielen wir mal einfach ein neues Spiel und zwar Season 5 wird es jetzt nochmal sein, weil normal 5 komme ich nicht rein. Und ja, ihr seht es hier so ein bisschen switchen, aber wir lassen einfach, wir spielen, ja, Season 5 wieder, äh, USA DLC. Obwohl, ne, wir machen es mal einfach, da ich ja im Moment Season 4 nicht mehr spielen kann, ist Season 4 jetzt beendet, offiziell. Inoffiziell, wenn es irgendwann mal läuft, können wir die gerne weitermachen, ich behalte die. Season 5, die aktuelle USA Season, ist auch gescheitert, somit. Und, weil ich Season 5 nur zwei Folgen bislang hatte, und zwar die Montag und Dienstag, dürft ihr euch jetzt aussuchen, was ihr wieder sehen wollt, ob ihr Europa oder doch lieber die USA in Season 5 haben wollt. Und es gibt kein Modpack, was hinzugefügt wird, weil die alle im Moment nicht passen, aber Mods sind alle wieder normal da drinnen. Bei Europa sind die ganzen Mods dabei und für USA gibt's, habe ich keine, bislang. Ähm, jedenfalls sucht ihr euch das mal aus, am besten heute noch, wo ihr diese Folge seht, am besten sofort in die Kommentare schreiben. Denn, äh, heute Abend wird dann aufgenommen, spätestens gegen 17.30 Uhr werte ich die Kommentare aus. Und nehmt dann die neue Season auf. Ich weiß ja nicht, wie ihr das dann seht, ob das so richtig ist. Mehrheit entscheidet, also strengt euch an. Und, ja, es wird auf jeden Fall wieder Mittel gespielt, beziehungsweise in Europa, glaube ich, auch sogar schwierig. Und wieder Landschaftsvieh, Mittel, Groß und 1950 und sowas. Und, ja, wie das dann ausgeht mit den Abstimmungen, das seht nur ihr erstmal. Und am Freitag sehen wir das alle. Und ich bedanke mich erstmal für euer Verständnis dafür, dass die aktuellen Spielstände nicht gehen. Und damit das auch gezeigt werden kann, hier, ähm, ist meine Bauwelt. Die habe ich vor allen angefangen. Äh, seht ihr? Es ist, geht gar nicht, es geht gar nicht. Jungs, es geht gar nicht. Und Mädels, äh, muss ich ja für Gerechtigkeit sorgen. Weil es ist ja ungefähr, bislang, ein Zwölftel Frauen dabei, bei mir auf dem Kanal, an Zuschauern. Und deswegen entscheidet ihr einfach mal, was jetzt kommt. Und wie es endet, Freitag kalt um zwölf Uhr in Traintweaver. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Und nebenbei, Freitag wird immer mal kein Traintweaver gestreamt, sondern ein neues Spiel, was ich, also, nicht ein neues Spiel, sondern ein Spiel, was ich mir jetzt geholt hatte, erst die Tage. Beziehungsweise erst heute, wenn ihr das Video seht. Und zwar The Forest wird gezockt, hoffentlich im Multiplayer. Und, ja, das mal vorab, wie es dann ausgeht, seht ihr dann am Freitag. Stream ist wahrscheinlich wieder 21 Uhr. Und bis dann wünsche ich euch ein schönes Säcke fürs Einschalten und ciao.